Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use-Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mister Auto-App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten TRW-Bremsscheiben und Beläge als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an. Und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern. Hebe den vorderen Teil des Fahrzeugs an. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, das Tutorial, deinen Wagen sicher anheben, anzuschauen. Stelle das Fahrzeug auf die Unterstellböcke. Für den Wechsel der Bremsbeläge an deinem Fahrzeug musst du die Räder abnehmen, um vollen Zugang zu haben. Vergiss nicht, die Räder unter das Fahrzeug zu schieben. Hebe mit einem flachen Schraubenzieher die Haltefeder der Bremsbeläge an und ziehe sie heraus. Lasse während des Vorgangs immer einen Finger auf der Feder, damit sie nicht wegsprengt. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubendreher ins äußere Ende des Langlochs an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze den Schraubenzieher als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Sobald genügend Platz zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel vorhanden ist, kannst du den Schraubenzieher noch tiefer hineinschieben. Versichere dich, dass du den Bremssattelkolben so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Nimm mit Hilfe eines ziemlich schmalen Schraubenzieher die beiden Verschlusskappen von den Schrauben an der Gewindestange ab. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 7 mm Inbus-Einsatz die beiden Schrauben von der Gewindestange. Tipp, befestige ein Stück Stromkabel oder Schnur an einer der Bindungen der Tragfeder. Nimm den Bremssattel ab. Du kannst dann die Bremsbeläge entfernen. Um zu verhindern, dass der Bremsschlauch beschädigt wird, kannst du ihn ans Kabel hängen, das du zuvor an der Federung angebracht hast. Löse die beiden Halteschrauben mit einem 17er Maulschlüssel von der Halterung des Bremssattels. Je nach Zustand der Schrauben musst du einen Hammer verwenden, um sie zu lösen. Entferne den Bremsträger. Manchmal ist die Bremsschabe an der Radnabe blockiert. Verwende in diesem Fall einen Hammer, um sie herauszunehmen. Entferne schließlich die Bremsscheibe. Reinige die Narbe mit einer Metallbürste. Reinige die Halterung mit einer Metallbürste dort, wo die Bremsbeläge hinkommen. Das erleichtert den Wiedereinbau. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stimmen von unseren Vertrauensverdinkenpartnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten TRW-Teile und Produkte als Link in der Beschreibung. Bevor du die neue Bremsscheibe einbaust, musst du sie mit Bremsenreiniger und Haushaltspapier säubern, um Paraffinablagerungen zu entfernen. Falls die Bremsscheibe beschichtet ist, kannst du sie direkt auf die Radnabe legen. Installiere die neue Scheibe. Bringe die Halterung wieder an. Auch da zuerst von Hand. Und schließlich mit einem 17er Maulschlüssel, um sie zu blockieren. Nimm dir die neun Bremsbeläge zur Hand. Bringe den äußeren Bremsbelag an seinem Platz an. Nimm den Bremssattel zur Hand. Entferne die beiden Gewindestangen aus ihren Halterungen. Reinige die Bohrungen mit Bremsenreiniger. Reinige auch die Gewindestangen mit Haushaltspapier und Stahlwolle oder feinem Sandpapier, um Rückstände von Bremsstaub und Oxidation zu entfernen, die das Gleiten der Gewindestangen nach dem Einsetzen der neuen Bremsbeläge behindern könnten. Bei starkem Verschleiß ist es ratsam, die Gewindeschrauben und Schutzgummis durch neue zu ersetzen. Setze die Gewindestangen wieder ein, ohne sie zu fetten, da die Buchsen selbst schmierend sind. Wenn du sie fettest, besteht Gefahr, dass sie Staub ansammeln. Und setze den Bremsbelag auf der Seite des Kolbens in die Halterung. Bringe jetzt den Bremssattel wieder an seinem Platz an und versichere dich, dass sich die Schrauben der Gewindestange vor den Schraubenlöchern befinden. Drücke sie ein und schraube sie zuerst von Hand wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Vergiss nicht, das Stromkabel zu entfernen, das du verwendet hattest, um den Bremssattel zu blockieren. Bringe die Verschlusskappen wieder an der Gewindestange an. Bringe die Haltefeder der Bremsbeläge wieder an. Versichere dich, dass die Feder richtig in den Öffnungen angebracht ist. Du kannst nun den selben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke! Bis zum nächsten Mal.